Hallo und herzlich willkommen bei Instalot. Heute mal wieder ein neuer Fall, und zwar die tragische Geburtstagsfeier eines Instagrammers. Drei Menschen sterben bei einem Experiment im Pool. Infobay.com. Bei dem Unfall, der sich während der Feier zum 29. Geburtstag der russischen Bloggerin Ekaterina Didenko ereignete, kamen ihr Mann und zwei weitere Freunde ums Leben. Die Todesursache scheint eine Trockeneisvergiftung gewesen zu sein. Ekaterina postete nach dieser Tragödie weiter und zeigte all ihren Fans ihren Schmerz. Diese Reaktion auf das Teilen ihres Traumas in den Medien hat ihr geholfen, weitere 500.000 Follower zu gewinnen. Die Frau mit gebrochenem Herzen erscheint in verschiedenen Bildern, die ihre Geschichte teilen. Ekaterina wurde infolge einer Kohlendioxidvergiftung verwitwet, als Trockeneis in einen Pool geworfen wurde, um eine Dampfshow zu erzeugen. Angeblich die Idee ihres verstorbenen Ehemannes. Ekaterina arbeitet auch heute noch als Apothekerin und hätte es eigentlich besser wissen müssen. In Videos, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, sind Gäste zu sehen, die für die Aktion weiße Schutzanzüge tragen. In einem der Clips sind zwei der Teilnehmer zu sehen, wie sie das Trockeneis über das Wasser gießen, während der Rest der Leute zusieht, wie eine Rauchwolke aus dem Pool aufsteigt und ohne nachzudenken einer nach dem anderen aufgeregt hineinspringt. Sie alle erscheinen lächelnd in Social-Media-Posts, ohne sich den fatalen Ausgang auch nur vorzustellen. Sekunden später begannen sie in Ohnmacht zu fallen. Das Trockeneis sollte eine Nebelwolke über dem Becken erzeugen. Aber wenn Trockeneis, in Klammern die feste Form von Kohlendioxid, mit Wasser in Kontakt kommt, erzeugt es wirbelnde Wolken, kann aber auch eine Explosion verursachen. Als das Eis schmolz, wurde Kohlendioxid produziert, das den Raum in Sekundenschnelle füllte. Die Gäste ertranken und wurden ohnmächtig. Infolge einer Vergiftung starben drei Menschen an einem Lungenödem. Der Ehemann der Bloggerin, Valentin Didenko, ein 32-jähriger Informatiker, wurde durch die Dämpfe dieses Produkts vergiftet, was seinen Tod verursachte. Das gleiche Schicksal ereilte Natascha Monakova und Juri Alferov, beide 25 Jahre alt. Ekaterina hat nach dem tragischen Vorfall vom vergangenen Freitag Videos veröffentlicht, die ihren Schmerz dokumentieren. Seitdem sind ihre Anhänger auf 1,5 Millionen gestiegen. Die Influencerin sprach darüber, was auf ihrem Instagram-Account passiert ist, wo sie mehr als eine Million ihrer Follower und zahlreiche Fotos ihrer Familie hat. Walia ist nicht mehr bei uns. Entweder Natascha oder Jura. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe ein Verbot der Weitergabe von Informationen unterzeichnet. Ich kann also nichts sagen. Ich habe gestern nicht geweint, aber heute, da bin ich explodiert. Ich dachte, es stimmt nicht. Es war ein Albtraum, sagte die junge Russin sichtlich geschockt. Ekaterina und ihre Freunde werden auch an einer wichtigen Fernsehsendung teilnehmen, um ein Interview zu führen, das in Moskau ausgestrahlt wird. Viele Medien sowie einige Blogger haben dieses Verhalten jedoch als unmoralisch kritisiert. In einem der Schriftstücke einer Lokalzeitung heißt es, in diesen Stunden der Trauer widmet sich jeder, der an der Tragödie Beteiligten, um seine Abonnenten nicht zu verlieren, so gut sie kann, der Förderung des Todes. Lena Miro, eine russische Bloggerin und Schriftstellerin, nannte Ekaterina auch unmoralisch, weil sie Videos über das Krankenhaus veröffentlichte, in das ihr Mann gebracht wurde. Dies war ihr geposteter Kommentar. Der Ehemann stirbt und die Bloggerin schüttelt traurig ihre falschen Wimpern. Die Instagramerin ist verärgert, weil es ihr Geburtstag ist und wenn es ein anderer Tag wäre, wäre ich weniger verärgert? Ekaterina Didenko hat auch ein Video gepostet, dass ihre vierjährige Tochter Nastja mit Valentina zeigt, der Puppe, die ihr Vater Valentin Didenko ihr geschenkt hatte. Didenko ist Apothekerin und hat ein Video aus dem Krankenhaus gepostet, bevor der Tod ihres Mannes bestätigt wurde. Wie sie unter Tränen ausführte, fragte ihre Tochter Nastja sie, wo ihr Vater sei und sie zweifelt, wie sie ihr von einem tödlichen Ausgang erzählen solle. Sie fragt mich, warum ich weine. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, fügte sie hinzu. Didenko gibt in ihren sozialen Medien oft Ratschläge zu Hausmedizin und zum Lebensstil. In einigen Videos hatte sie sogar Amateur-Experimente mit ihren beiden Töchtern gezeigt. Meine Leser sparen Geld, indem sie in die Apotheke gehen. Es gibt immer noch Zeiten, in denen ich von Emotionen überflutet bin und wieder weine, sagte Ekaterina und fügte hinzu. Ich hatte Zeit, mit drei Psychologen zu sprechen und danach geht es mir besser. Außerdem enthüllte sie, dass ihr Mann, einer der Verantwortlichen für das Entleeren des Trockeneises im Pool, vor Jahren eine Vorahnung hatte, dass er bald sterben würde. Jetzt wird die Witwe gewarnt, dass alle versuchen, die Situation auszunutzen, um die Quoten zu steigern und mehr Geld zu verdienen. Aber jemand kam zu ihrer Verteidigung, Spitzname Dr. Philipp, der Frau, die Denko mit einem Dichter aus der Vergangenheit verglich, der über die traumatischen Momente ihres Lebens schreibt. Dies waren seine Worte. Ein Blogger ist eine Berufung, es ist wie ein Dichter oder Schriftsteller vor 200 oder 300 Jahren. Er versicherte auch, früher schrieben Dichter Gedichte über ihre Erfahrungen, die eigentlich auch für niemanden notwendig sind oder über ein Ereignis wie den Tod von Pushkin. Sie übertragen jetzt die Realitäten des 21. Jahrhunderts. Ist es so schwer zu verstehen? Der Freund eines anderen Opfers, Natascha Monakova, war diskreter und sperrte alle gemeinsamen Social-Media-Konten. André Giko, 29, wurde ebenfalls wegen einer Kohlendioxidvergiftung von Ärzten behandelt. Seine Aussage war, ich habe die ganze Nacht im Krankenhaus gebetet und geschluchzt. PS, Natascha, ich liebe dich. Valentin Die Denko wollte eine beeindruckende Dampfshow schaffen, doch sobald das Trockeneis gegossen wurde, begannen die Partygäste in Ohnmacht zu fallen. Ekaterina Die Denko, Mutter von zwei Kindern, ist eine beliebte Instagram-Bloggerin, auch heute noch, mit über 1,5 Millionen Followern. Sie gibt Ratschläge weiterhin zu Medikamenten für den Hausgebrauch, konnte aber nichts tun, um den Tod ihres Mannes und ihrer Freunde zu verhindern. Nach Angaben des russischen Untersuchungsausschusses kann es sich um einen Kriminalfall wegen widerrechtlicher Tötung handeln. Der vorläufige Grund für den Tod dieser drei Menschen war eine mechanische Erstickung, weil ihre Atemwege blockiert waren. Die drei Opfer befanden sich im Pool, als das Trockeneis freigesetzt wurde, konnten also nicht atmen und erstickten. Das russische Untersuchungskomitee bestätigte, dass ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eröffnet worden sei. Der vorläufige Grund für den Tod von drei Besuchern war mechanisches Ersticken. Ein relativ aktueller Fall, ich habe jetzt auch herausgefunden, dass sie neu geheiratet hat, ich glaube, das ging relativ fix. Lass mich lügen, es hat sechs Monate gedauert und sie war dann neu verheiratet. Es ist faszinierend, dass manche Leute, die unschuldig sind, aber in der nahen Umgebung waren, direkt abgeführt und eine lebenslange Haftstrafe verbüßen müssen, während andere, die sichtlich bei der Tat beteiligt waren und es Videomaterial gibt und es dennoch einfach nur als Unfall abgestuft wurde und dieser Person demzufolge eigentlich überhaupt gar nichts passiert ist. Keine Strafe demzufolge, keine lebenslange Haft. Das ist tatsächlich sehr schwer zu verdauen, wenn wir uns alle anderen Fälle mal anschauen. Also falls du auch von diesem Fall gehört hast oder falls du noch mehr Informationen hast, dann kannst du es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten freue ich mich über die Kommentare über diesen Fall. Ich danke dir fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.